Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Lego World. Wir sind das letzte Mal hier auf diesem Wüstenplaneten gelandet und werden vielleicht sogar diesen Part noch diesen Planeten verlassen. Doch davor würde ich schon gerne hier so ein bisschen mich umsehen. Und dafür will ich natürlich ein Pferd holen. Und top. Oh, was geht denn da ab? Oh, was geht denn hier ab? Nicht freundlich. Ach, war nicht schnell genug. Oh. Hier haben wir auch die Scheune, in der wir... ...wahrscheinlich das Haus draufbauen müssten. Ich müsste mal echt mal gucken, wie wir die Scheune vielleicht noch abreißen können, zu Not. Falls er das wirklich so will. Deswegen werde ich jetzt erstmal diese Missionen weglassen. Ich meine, wenn wir jetzt ein, zwei Missionen weglassen, das ist überhaupt nicht schlimm. Weil wir können immer wieder auf neue Planeten reisen. Und dort gibt es immer wieder Aufgaben. Hallöchen. Keine Hilfe? Okay. Ich dachte, du brauchst Hilfe. Wird sein können. So. Oh, Entschuldigung. Sorry. Was willst du? Okay. Kühe. Ähm. Vielleicht kriegen wir das auch so sein. Was wollen denn die Kühe haben? Das hab ich nicht. Ah je. Eine tolle Mission. Was war das denn jetzt auf einmal? Ach, da hinten ist er. Warte mal ganz kurz. Moment. Ist das erledigt jetzt? Nee. Es fehlen immer noch zwei normale Kühe. Wir haben bei einem Hund. Moment, ich hab einen Knochen, ne? Ja. 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 So. Dann scannen wir dich mal. Kommt der mir jetzt mit? Ach, wie cool. Das ist richtig cool. Der läuft mir jetzt echt hinterher. Warte kurz. Ah ne, das wolltest du nicht haben, ne? Du wolltest was anderes haben. Ja. Wow, was ist das denn hier? Oh, schau mal. Eine Stadt? Sieh nur, wie fröhlich die Bewohner ihrem Alltag nachgehen. Sie fahren sogar ganz passabel Auto. Du kannst viele verschiedene Ortschaften finden. Wenn dir eine von ihnen gefällt, kannst du dich selbst dort niederlassen. Äh, echt? Ist ja cool. Errichte einen Arbeitsplatz. Gründe eine Familie. Oder spawne zumindest ein paar Charaktere, die dir gefallen. Wo war denn jetzt dieser eine Typ? Der ist weg, ne? Okay. Mir egal. Also, ich kann mich hier niederlassen, oder wie? Okay, verstehe. Will ich das überhaupt? Hm. Ein bisschen duster hier. Äh, okay. Ich höre was. Ähm. Wo ist das? Ich hab irgendwas gehört. So, der will... Was will er haben? Ach, was machst du denn jetzt auf einmal hier? Ja, los. Komm her. Zwei. Es wäre einfacher, wenn man die einfach erschaffen könnte. Ich dachte, der wäre böse. Ah. Du brauchst Hilfe? Äh, was wäre wirklich praktisch, wenn hier ein paar Hindernisse aufgebaut werden? Okay. Welche Art Hindernisse? Irgendwas hinpacken, oder was? Was war das denn? Was? Was war das denn? Alles klar! Das gibt auch noch Geld. Also, Bay! Komm, was willst du denn jetzt? Gar nix? Das glaube ich aber nicht. Düb, 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 düb. Aber hier ist die Stadt schon wieder vorbei. Na, komm her. Ja. Niemand kommt einfach von der Erde rein. Was willst du? Ach, du willst das haben. Äh. Ich glaube, ich hätte sowas. Oder auch nicht. Ja, das Ding hab ich nicht. Ja, das Ding hab ich nicht. Was willst du denn? Wir haben alle echt unterschiedliche Aufgaben, die mir leider nicht viel sagen. Und warum sind hier so viele Häuser kaputt? Ja, kann man ja auch mal mitnehmen, ne? Ah ja, gut. Kann ich das nicht öffnen? Ich will das öffnen. Hm. Na los! Eieee. Eieee. Aha, das ist da drinnen. Ja, aber wie komm ich da rein? Hab ich irgendein Werkzeug? Ach, Moment. Ja, hab ich. Zeit, die Bude etwas zu sprengen. So. Hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt. Nicht wirklich. Hab ich ja immer noch was. Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, du willst kämpfen? Ja. Komm da aus der Ecke raus. Ach, komm her. Ähm, okay Einen Moment Das mit der Kamera habe ich eigentlich nie wirklich gecheckt, aber ich probiere es halt mal Nach dem, was ich halt jetzt verstanden habe So Ähm So, Foto gemacht Ach Oh Ich dachte jetzt, aber okay Ich habe doch das Ich habe doch das Foto gemacht Verstehe ich nicht Hier, warte Probieren wir es nochmal Mann, kannst du weit klettern, mein Freund Ey Nicht mein Pferd kaputt machen Genau, komm einfach mit So Vielleicht das weiße Pferdchen Hä Oh je Na gut Probieren wir es halt nochmal Ich bin ja einfach nicht wirklich für diese Kameramissionen gemacht Ja Ach so Sie sollte mit auf das Bild So Ist das gemein Ja, dann gibt das her Danke Ja, okay Ja, okay Aber wenigstens habe ich es mal geschafft Ich habe es nämlich nie verstanden Oh, das arme Pferdchen Na dann Auf geht's Reisen wir jetzt erstmal ab Moment Ich muss natürlich hier lang Danke, dass ich mitkommen durfte, mein Freund Wenn ich was hätte Würde ich sie sofort geben Das können wir noch nachholen Hm Okay Rein damit erstmal 17 von 20 Drei fehlen noch Na dann Auf geht's Wir wollen ja schließlich noch mehr sehen Und das machen wir jetzt Es gibt so viele Orte So viele Planeten Ups Nein, 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 nein Stopp Das ist doch mehr als Wasser Ach komm Wir gehen jetzt einfach mal dahin Scheinbar brauche ich halt noch ein paar Steine Na schön Das Spiel ist auf jeden Fall niemals gleich Das finde ich ziemlich gut Denn Sonst wüsste man ja alles Und so wird man immer aufs Neue überrascht Ein schöner Planet Eine schöne Stadt Und ein kleines Gesinge Im Raumschiff Warum nicht Warum nicht Kann man ja machen Das mach ich aber nur Weil wir noch nicht alles Von dem Planeten gesehen haben Aber wenn es halt jetzt nichts wirklich anderes mehr gibt Dann gehen wir halt erstmal Auf die Planeten zu Die wir schon hatten Aber noch nicht Frei Umsehen konnten So richtig Also Vielleicht versteht ihr mich Wenn ich euch das jetzt genauer erklären würde Dann würde ich wahrscheinlich sagen Noch nicht frei umsehen Süße Wüste Ja ja Süße Wüste Wow Ist ja gut 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 Ja Okay 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 Wie viele Farben denn noch Wow Ziemlich viel Ja Das nehmen wir auch mal mit Warum nicht Ein Fahrrad kann man immer gebrauchen Okay Das kaufen wir uns nochmal Was will der denn Gar nichts Der will Süßkram Okay Okay Ja Aber ein Schokoriegel Okay Der will irgendwas Bleib doch mal stehen Was willst du denn Ich weiß schon was er will Aber ich glaube nicht Dass ich das habe Das sieht auch irre aus Ach Ach Da wird etwas Das kriegen wir doch hin So 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 Oh Interessant Und warum halte ich das immer noch in der Hand Sehr genial Wirklich sehr genial Wirklich sehr genial Okay Den können wir nicht scannen Aber wir können wahrscheinlich Was anderes machen Was anderes machen Wir können etwas schwimmen Und wenn wir Glück haben Ein Delfin finden Ein Delfin finden Aber irgendwie sehe ich hier keinen Wir sollten auf jeden Fall Hochtauchen Oh Ich höre was Komm herr Lass mal ein bisschen schwimmen Ja genau Ich liebe es Das ist so genial Natürlich kann er auch hier auf dem Land Irgendwie Ich will mal ganz kurz gucken Was er haben will Oh Fischchen Kurz scannen Und wieder zurück ins Wasser Danke mein Freund Ich sollte nur aufpassen Dass ich nicht so lange unter Wasser schwimme Das ist richtig cool gemacht Oh Entschuldigung Ich wollte eigentlich absteigen Oh Gute Nacht So Was gibt es denn hier noch Was war das denn Wieso folgt der mir Wieso folgt der mir Warum Das ist doch irre Ich glaube dem macht das einfach Spaß Aber der muss mich doch nicht gleich folgen Das habe ich auch noch nie gesehen Ich wusste zwar dass sie irgendwie auf dem Land können Aber ich wusste nicht dass sie von alleine mal eben kurz hinterher hüpfen Das ist irre Einfach nur irre Ich finde es cool Ja und wenn es euch gefallen hat Würde ich mich auf jeden Fall für ein Feedback freuen Wir sehen uns das nächste Mal hier wieder bei Lego Worlds Dann schauen wir uns in dieser Welt noch ein bisschen um Und ja Dann werden wir auch langsam damit anfangen Ja Sowohl die Aufgaben Als auch Ähm Mein Haus aufzubauen Weil ich das ja schon mal erwähnt hatte Dass ich das gerne aufbauen möchte Ähm Das werden wir dann nach und nach aber alles machen Und ich bedanke mich Und sage bis zum nächsten Mal Tschüsschen Tschüsschen Tschüsschen